Der niedrigste Klimabonus von 100 Euro jährlich wird ausschließlich an die Wienerinnen und Wiener fließen. Das zeigte am Montag von der Statistik Austria im Auftrag der Regierung erstellte Liste der Gemeindezuordnungen. Demnach fallen selbst große Städte wie Graz, Innsbruck und Linz in die zweite Stufe, wo alle Erwachsenen 133 Euro jährlich erhalten sollen. Die dritte Stufe mit 167 Euro erhalten viele Umlandgemeinden. 200 Euro gibt es vorwiegend am Land. Berücksichtigt wurde für die Klassifizierung neben der Einteilung der Gemeinden in Stadt, Land und Umland ausschließlich die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr. Andere Faktoren, wie etwa die Gegebenheiten in Sachen Heizkosten und Energieversorgung, blieben unberücksichtigt. Konkret wurde allen Bus-, Bahn- und U-Bahn-Haltestellen in Österreich eine von acht Güteklassen zugewiesen. Abhängig davon, welcher Anteil der Gemeindebevölkerung im Einzugsgebiet besonders hochwertiger oder eben besonders schlecht angebundener Haltestellen lebt, ergibt sich daraus auch die Zuordnung der Gemeinden zu den vier Stufen des Klimabonus. Für Wien bedeutet das wegen der grundsätzlich guten Verkehrsanbindung den niedrigsten Klimabonus von 100 Euro pro Erwachsenen und 50 Euro pro Kind. Hier leben 21,5 Prozent der Bevölkerung. Betrachtet wurde Wien als Gemeinde. Unterschiede zwischen Innenstadt und Stadtrand blieben unberücksichtigt. Anspruch auf den höchsten Klimabonus, das entspricht 200 Euro pro Erwachsenen und 100 Euro pro Kind, hat ein gutes Drittel der Bevölkerung. Unter diesen 1.545 Gemeinden sind auch große wie Feldkirchen in Kärnten, Deutschlandsberg und Strasshof an der Nordbahn mit mehr als 10.000 Einwohnern. Aber auch sehr kleine Gemeinden wie Grammeis, Namlos und Spieß in Tirol, die praktisch ohne öffentlichen Verkehr auskommen müssen. Im Burgenland leben fast zwei Drittel der Bevölkerung in Gemeinden der vierten Bonusstufe, in Kärnten mehr als die Hälfte. In Wien sorgt die Berechnung für einiges Aufsehen und harsche Kritik. Empört zeigt sich etwa die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Nowak. Es entspäre jeglicher logischen Grundlage, warum die Wienerinnen und Wiener den in Österreich bei weitem niedrigsten Klimabonus erhalten. Das ist nicht sozial, sondern einfach nur unfair, befand sie. Wien arbeite schon seit vielen Jahren an zukunftsorientierten und weitsichtigen Lösungen, um den ökologischen Fußabdruck einer Millionenstadt niedrig zu halten. Nun würden die Menschen in der Stadt dafür bestraft, weil sie Öffis nutzen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Auch auf den diversen Social-Media-Plattformen wurde eifrig diskutiert. Dort erkundigte sich etwa Günter Steinbauer, der Chef der Wiener Linien. Verstehe ich das richtig? Die Landbewohner tragen mehr zur Klimaerwärmung bei, unter der die Stadtbewohner mehr leiden. Und damit das so bleibt, kriegt man am Land einen Klimabonus. Auch wurde wiederholt auf die Ketzergasse verwiesen, die Wien von Niederösterreich trennt. Sollte der niedrigste Bonus tatsächlich nur in der Bundeshauptstadt ausbezahlt werden, würde dies bedeuten, dass auf den beiden Straßenseiten zum Teil unterschiedliche Beträge zum Tragen kommen.